Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal! Wir haben den letzten Part da gerettet, damit sie ihn nicht einfach runterschmeißen irgendwo. Oder nein, es stimmt eigentlich, dass sie ihn ersaufen lassen. Dann wollen wir mal sehen, was er zu sagen hat. Machen ich sie hier schon wieder nichts. Sie sind von der Gebeten, abgaberechtigt. Wir müssen uns schweben. Sie sind von allen Gebeten, die ich in Begründung melden. Das kommt in Mehl und das Zofar saub ahead. Man muss die Begründung sein, und der Gebeten kommt. Aha, da brauchen wir noch so einiges. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Das sollten wir hinbekommen. Tierherdner. Hoppla, jetzt haben wir ihre Hütter noch nicht abgegradet. Na, das machen wir auch noch. Was sind wir schon? Ach, das war's! Ich bin ein bisschen dran. Ich bin ein bisschen dran. Und da sind wir auch dran. Ich bin ein bisschen dran. Ich bin ein bisschen dran. Ein bisschen dran, nicht weiter. Im Stillen, wir haben das nicht noch lebst. Ich bin ein bisschen dran. Ach so, dann müssen wir jetzt zu unten anfangen. Das ist ein Wachstum. Das ist ein Wachstum. Das ist ein Fischer. Das war's, Herr Barscham. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, oh, oh. Swarga die Cia Balbal, Ars Kuo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, Gott. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Vier Bestienmeisterjagden gibt es. Was gibt es denn noch? Das ist interessant. Was ist das? Da ist viel D, dass wir noch das Auto verliehen haben. Verdammt. Gut, gut, gut. Dann noch da. Gut, wir haben sie noch nicht. Okay, müssen wir jetzt suchen. Und zwar in der Gegend hier. Und zwar in dem Sinne von dieser Schmerzen. Verstehen wir zu den Schmerzen. Oh, wassitzen? Oh, wasser? Jetzt gehen wir mal. Ich bin da. Ich bin da. Ah! Ich glaube, ich habe mich hier gehört. Das ist ja nicht ganz, ne? Das ist ja nicht ganz, ne? Flach ist es mit ! Schöne! Schöne! Ich schaue das! Ich schaue das! Ich bin so gut, hier! Ich bin so gut, hier! Ich bin so gut, hier! Ich bin der Zeit, ich bin der Zeit. Jetzt sind wir schnell gesprungen. Ah, das sind 3 Millionen an der Decke. Na gut, voll geil. Jetzt schauen wir auf den nächsten Part. Schau dir zu, dass wir irgendwo noch so einen seltenen Rotund finden. Ah. Was ist das? Bis bald. Ciao.